willkommen zurück zu einer neuen folge blairage so wir sind dem jungen immer noch auf der spur und ich höre ganz komische geräusche von da sind wir gekommen was denn hast du was irgendwie macht mir das hier gerade alles ein bisschen angst hier im wald ist nicht hund ja was denn so hier wollte ich lang denn wir gehen noch nicht in den bunker da hinten ist irgendwas das leuchtet so merkwürdig was so hat alter Ja. Ich bin in eine Panik, jonge. Hör? Uh, okay. Da ist ein Reifen. Von wo sind wir denn gekommen eigentlich? Wo? Da ist das Auto. Da, da, da. Also können wir nur da lang. Ja, hier kommt schon wieder dieser komische Sand weg. Äh, ich gehe mal hier lang. Vielleicht findet sich noch irgendwas. Was war denn das gerade? Bitte, Schiffchenruckler. Äh, das sieht mir hier nicht ganz geheuer aus. Wir kommen wieder beim Auto raus. Schön. Ja, warum auch nicht? Dann werden wir doch jetzt mal zum Bunker gehen, oder was das war. Das war hier lang. Ah, ja. Ähm, E. Äh, ich hätte gerne die nächste. Da ist der Ball. Lol, alles klar. Komm her, Hundi. Komm her, Hundi. Komm her, Hundi. Jetzt, jetzt rennt der auf einmal da lang. Ja, und jetzt? Du, ich weiß nicht? Ja, ich war, ich gehe mal weg. Das war hier? Das war hier. Nein. Bullitt! Where are you, buddy? Come on, boy. Don't make me chase you. Bullitt, where are you? Und? Was ist das? Ah! Was ist das denn? Hier! Leck mich doch am Arsch! Was war das denn? Du blöder Scheißwald! Du blöder Scheißwald! Du blöder Scheißwald! Du blöder Scheißwald! They think I don't know. But I see them. I see them. Whenever I wake them up, they stare at me. They follow me. The light. Keeps them away. Keeps me safe. Beth? Was ist das? Was ist das? Oh, boy. Ah! 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 Alter! So ein Arschloch! Was ist das? Hm? Was ist das, Junge? Dieses Baum... Sieht irgendwie familiar aus. Ich hätte vielleicht vorher doch mal in den Bunker gehen sollen. Vielleicht gibt's da irgendwas. Das ist richtig. Ich sah in den Video. Uhhh... Ich kann mich nicht sehen. Ich kann mich nicht sehen. Ich kann mich nicht sehen. Äh... 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 Shit! Jaaaa... Ich will das jaaaa... Nee, das war's nicht. Ich... Ich weiß nicht, Peter. Ich weiß nicht, Peter. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Peter. No! Hä? Und? Oh, hell. Maybe we could... Goddammit! They were so close. Ellis, answer me. Go ahead. There's this... this weird white tree over here. Do you know which one I'm talking about? Yeah. I saw it on the way here. I could get there in a few minutes. Just stay where you are, okay? Alright, I'll be here. Well, it's not like we have no choice. Let's go back, bullet. Oh mein Gott. Ehm... Das war's aber mit der Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann bleibt entspannt. Genießt den Tag und Bye Bye. Bye Bye. Bye Bye. Bye Bye! Bye! Bis zum nächsten Mal.